Das ist jetzt hier Kummerow. Kummerow ersee. Was machen wir? Lass uns einfach mal erst mal rechts abbiegen, wenn wir schon mal hier sind. Jetzt kommen wir gleich wieder raus, das bringt doch nichts. Das ist ja durch. Dahinten ist auch eine Kirche. Kummerow. Wir haben einmal diesen Film gesehen von den Kindern. Ich weiß noch nicht genau, wie das hier ist, aber ihr werdet das wohl wissen. Ich werde schon langsam erwachsen sein. Heute ist der 15. November 2012. Hier gibt es Pferde in die Farbe. Ja. So. Können wir jetzt noch mal zeigen. So, genau. Oh, die Feuerwehr mit kleinen Schlauchdosen oder sowas. Geht von unten aus. Da kommen wir auch noch rein, wo man groß ist. Ja, die Feuerwehr. Das sind Leute da oben. Okay. Wir haben die Schlaube angegeben. Guck mal. So, das geht jetzt nicht mehr. Hier ist Kummerow. Wir werden es auch gesehen. Und hier kommt ein Pferde da. Und hier seid ihr irgendwelche Sozialhäuser. Du musst auch mal mehr dabei sein. Und hier seid ihr irgendwelche Sozialhäuser. Und rechts sagt die Pferde. Weil wir sind ein heuerliches Gebäude. Das Kummerow. Oh, ich kann es nicht mehr so gut machen. Ich bin ein Heuerliches Gebäude. Und hier sind die Pferde. Und hier sind die Pferde. Das ist ja ein Häuschen. Ja, war einfach. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut sein, Leute. Nein, nein. Nein, nein. Ja. Ja. Hier alle anfühlen. Die Auge dann auch. Ja, 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 ja. Ja, ja. Das ist gut. Ja, ja. Das ist gut. Aber das ist gut. 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 Da muss man ja ziehen, was sie netten können. Das haben wir. Das ist ein Problem. Hier kommt nichts mehr. Ja, wir fahren erstmal einmal zurück. Aufstellen. Und tschüss. Und schon geht es wieder zurück. Feldweg hier. Pumperow. Das sieht so aus. Schauen wir uns den Rücksack an sich nochmal an. Wie alles ein bisschen unten geht, Schaffee. Das sieht so aus. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh, ja. Tolle Bäume. Das ist so gut. Das haben wir gemacht. Vorne. Ich bin einer großen Schloss. Das ist gut. Da kommen wir auf den Flasen. Nix hier an der See. Wir nehmen dann auf den Plan. Aber scha. Das ist immer可愛ig. Das ist einfach um das Schloss. Dann muss man sicher sein. Das ist gut. Das ist das Gebäude. Da ist es ja, die Fahrweite dauerhaft ist hier. Sieht ziemlich unbewohnt aus, vielleicht ist es noch zu haben. Da hab ich mal runtergehalten, zum Beispiel. Vielleicht sieht es aus. Die Fahrweite ist mal längst. Da hinten haben sie mit ein bisschen Lähen. Das ist doch alles gut. Oh, wenn es nicht so aussieht, dann hängt doch nicht so auf der Seite hin. Hier, heute. Das war noch ein bisschen mehr. Das war noch ein bisschen mehr. Oh, der fangt mal da aus. Das war noch ein bisschen mehr. Das war noch ein bisschen mehr. Oh, der fangt mal da aus. Oh, der fangt mal da aus.